Unsere Gedanken und Gefühle, sie kommen und gehen und wenn wir uns mit unseren Gedanken und Gefühlen identifizieren, um es dann mit Erinnerungen zu verknüpfen oder ähnlichen Umständen, erschaffen wir ein falsches Selbst. Und dieses Selbst ist die Körperidentifikation. Wir sind nicht dieses falsche Selbst. Wir sind der heilige Sohn Gottes Selbst. Wir sind ein heiliges Licht, heilige Freude, heilige Schönheit. Und wenn wir das falsche Selbst zum Schweigen bringen, dann beginnen wir zu hören. In Schweigen und in wahrer Demut suche ich Gottes Herrlichkeit, um sie in dem Sohn zu erblicken, den er als mein Selbst erschuf. Wo findest du dein Selbst in deinem Gegenüber? Jedoch die falsche Identifikation lässt dein Gegenüber als einen Körper erscheinen. Erinnere dich daran, die Gesetzmäßigkeiten des Sehens. Lass nicht zu, dass dein Geist es vergesse. Du wirst immer auf das schauen, was du in deinem Inneren fühlst. Lass nicht zu, dass dein Geist dies vergesse. Und wenn du immer auf das schaust, was du in deinem Inneren fühlst, dann ist es wohl offensichtlich, dass wir hier in dieser Geistesschulung uns, es dreht sich um uns und niemals um andere. Es dreht sich nicht um die kleinen Kinderlein, die etwas lernen sollten oder um deine Eltern oder um deinen Partner. Es dreht sich um dich. Denn wenn du beginnst, in dir zu fühlen, dass du das eine hohe, leuchtende Selbst bist, was musst du dann sehen? Offensichtlich musst du dann dieses heilige, leuchtende Selbst überall erblicken. Überall erblicken. Jedoch solange du in dir fühlst, dass du ein schuldiger, angstbesetzter Körper bist, der diese und jene Eigenschaften hat und diese oder jene nicht, solange wirst du dieses sehen. Das ist das Gesetz des Sehens. Und ich finde es ganz wunderbar, dass wir diese Gesetzmäßigkeit anwenden können. Denn jedes Mal, solange ich noch einen kranken Körper sehe, eine kranke Welt, einen kranken Politiker, eine kranke Gesellschaft, muss ich mich wohl getäuscht haben. Ich muss mich getäuscht haben. Nur ich allein. Hey, hörst du das? Nur ich allein habe mich getäuscht? Alle anderen sind schon erwacht. Nur ich sehe es noch nicht. Ist das nicht großartig, diese auf diese Art und Weise zu sehen? Denn dann sind wir in der vollkommenen Verantwortung. Und diese vollkommene Verantwortung, die wollen die meisten von uns nicht akzeptieren. Denn die Welt da draußen ist ja immer noch so komisch. Guck ihn, schau da. Aber schau doch. Aber das ist doch so. Ja. Das ist der Kleingeist, das Ego-Denk-System, das sich ständig in der Kleinheit halten möchte. Kann dich die Kleinheit zufrieden machen? Kann dir die Welt irgendetwas anbieten? Zum Glück nicht. Eine starke Lektion, ich weiß. Denn wie sehr sind wir doch darauf konditioniert, in der Welt unser Vergnügen zu finden. unseren Partner zu finden, unseren Erfolg und unsere Hoffnungen durch die Welt erfüllen zu lassen. Hier und heute sei noch mal deutlich gesagt, es funktioniert nicht. Egal wie viel Geld du angehäuft hast oder wie wenig, egal wie viel gescheiterte Beziehungen oder glückliche Beziehungen du dir in deinem Umfeld hergestellt hast, es funktioniert nicht. Du bist der heilige Sohn Gottes. Du bist dieses eine Licht. Du bist der Strahl Gottes und hast nun mal gar nichts mit dem Körper zu tun. Der Körper ist ein Mittel, ein Biofeedback-System, in dem wir deutlich erfahren können, wie verrückt wir unterwegs sind, solange wir diesem Denksystem noch Folge leisten. Und in Wahrheit sind wir dieses eine Licht. Das ist die Botschaft des Heiligen Geistes an dich. Und solange wir unseren Gefühlen und Gedanken und Erinnerungen und unseren Umständen noch Aufmerksamkeit schenken, solange fühlen wir dieses in uns und sehen dementsprechend in die Welt hinaus. Unser falsches Selbst ist eine selektive Identifikation von vorübergehenden Gedanken und Gefühlen. Das ist alles. Und diese selektive Identifikation ignoriert die Wahrheit dessen, was als das eine Selbst immer konstant ist. Solange wir in diesen urteilenden, selektiven Gedanken und Gefühlen unterwegs sind, ignorieren wir unser heiliges Selbst. Und heute ist doch ein wunderbarer Zeitpunkt, diese selektive Identifikation hinter uns zu lassen. Wir sehen wohl den Unterschied zwischen dem, was kommt und was geht. Wir beobachten wohl die Gefühle und die Gedanken. Wir denken, aber wir identifizieren uns mit unserem wahren Selbst. Dem, der ständigen Lebenspräsenz. Dem einen Sein. Wir können das tun. Die Welt scheint sich zu bewegen und hier und da scheint sich etwas zu tun. Aber wir bleiben fest verankert in dieser einen Lebenspräsenz, die du jetzt fühlen kannst. Ich fühle die Freude Gottes in mir. Ich fühle diese Lebenspräsenz in mir. Und dann leben wir von der Klarheit der Selbstverwirklichung statt von der Unwissenheit des selektiven Selbstes. Wir identifizieren uns dann nicht mehr mit vorübergehenden Gedanken und Gefühlen oder Emotionen. Wir sind fest verankert in diesem einen Selbst. Du hast eigene Gedanken und darunter fühlst du dieses Leben. Oder dahinter fühlst du dieses Leben. Es ist immer da. Es ist nicht verschwunden. Ständig präsent. Immer da. Es gibt keine zwei. Es gibt nicht deine Gedanken und Gefühle und dein selektiver Geist und dieses eine Selbst, sondern es gibt nur dieses eine Selbst. Es gibt nur diesen Sohn Gottes, der du bist. Denn das, was kommt und geht, vergiss das nie, wenn du willst. Das, was kommt und geht, ist eine Illusion. Wow, wie sehr haben wir uns doch getäuscht. Stimmt's? Wie sehr haben wir doch gedacht, dass dieses, was kommt und geht, dass dies die Wahrheit ist. Und da das Ego-Denk-System alles auf den Kopf gestellt hat, erfahren wir nun heute, alles, was beständig ist, bist du. Du bist Beständigkeit. Du bist Lebenspräsenz. Du bist jetzt hier, genau hier. Ein Freund hat mich gestern gefragt, wie ich denn wohl das jetzt beschreiben würde. Und ich habe ihm gesagt, es ist ohne Urteil. Ohne irgendein Urteil. In ständiger Präsenz, wo eben diese selektiven Gedanken und Gefühle keinen Raum mehr haben. Ihnen wird keine auf. Sie können dich nicht mehr behelligen. Sie sind einfach verschwunden. Und das ist ein unbeschreiblich freier Zustand. Frei. Wirklich frei. Und diese Freiheit ist in unserem Geiste. Wir werden sie nicht da draußen finden. Und das ist auch für mich eine mega Schulung. Denn wie sehr bin auch ich konditioniert worden, so wie wir alle, irgendetwas da draußen zu finden. Irgendein Vergnügen. Irgendeinen neuen Partner. In der Sexualität. In irgendwelchen abgefahrenen Reisen. In Abenteuern. In einem neuen Job. Du weißt schon wo. Überall. Und einfach zu erkennen, da ist es nicht. Das bedeutet nicht, dass wir das aufgeben. Wenn du ein Reisender bist, dann reise. Falls du jemand bist, der sich in dieser Nahrung wiederfindet, dann nimm diese Nahrung zu dir oder was auch immer da ist. Aber du wirst feststellen, dass du darin kein Glück findest. Das Glück ist in deinem Geist und nicht in der Welt. Das zu erkennen ist wirklich Freiheit. Schau mal, wir haben ja im Kurs in Wundern erfahren wir auch deutlich, dass alles, was zu uns kommt, wir haben dem zugestimmt. Ich möchte sagen, auf der Seelenebene. Bevor wir hier in dieses Traumdasein inkarnieren oder zumindest so tun, als würden wir das tun, bevor wir hier anlanden und diese ganze Welt mitbringen, glaube nicht, dass das Kind kein Ego mitbringt. Es bringt dieses unerlöste Denksystem mit und findet dann das vor, wo es sich aus agieren kann und dieses selektive Selbst sich wiederfindet, in diesem selektiven Feld selbst sich wiederfindet. Stell dir mal vor, dass du dieses Dasein, dieses Leben, das du jetzt erfährst, diesen Lebensweg, den du jetzt bisher gegangen bist und den du noch weiterhin gehen wirst, dass du diesen aus Liebe gewählt hast. Absolut aus Liebe. Wir glauben ja oftmals, das, was uns hier passiert, ist so abgefahren, so abgedreht, so hoffnungslos, so schmerzvoll oder manchmal auch so wundervoll und der Hinweis des Kurses ist, du hast den Weg gewählt. Wir könnten auch sagen, ich folge dem Weg, der mir bestimmt ist. Und wir haben den Weg aus Liebe gewählt. Im Wissen, dass wir dem Kurs in Wundern begegnen, im Wissen, dass wir die Möglichkeit haben, diesen Weg als Liebe zu erfahren. Und so ist jeder weitere Schritt, den du hier noch tust, ein Schritt in Liebe, ein Liebesschritt. Und so ist jede Begegnung, in die du, jede Begegnung, alles ist eine Begegnung in Liebe, jede Handlung ist eine Begegnung in Liebe. Wie fühlt es sich für dich an, dass dieses Leben, in dem du dich jetzt wahrnimmst, dass dies ein Leben in Liebe ist, weil du es in Liebe gewählt hast? In der Gewissheit, dass du es in deinem Geist transzendieren, das heißt vergeben kannst? Für mich bekommt diese Formulierung auf, wenn ich dann auf mein Leben schaue, eine ganz andere Perspektive. Und wir brauchen wirklich einen Perspektivwechsel. Und deshalb geschieht hier nichts aus Angriff, aus Hass, aus Mobbing oder irgendetwas, sondern alles geschieht in Liebe. Und schon trinkst du wieder einen Fluss, äh, einen Schluck aus dem Fluss der Liebe, weil du deine Perspektive veränderst. Du bekommst ein neues Gefühl zu dir selbst. Und du bekommst wieder eine Ahnung darüber, was es bedeutet, du wirst auf das schauen, was du in deinem Inneren fühlst. Und schon beginnst du anderen Geistes zu werden. Und dein Problem-Lösungs-Repertoire lässt du endlich los. dein Problem-Lösungs-Repertoire hat nicht funktioniert. Es hat weitere Probleme hervorgebracht. Wie wir ja wissen, können wir Probleme nicht auf dieser Ebene lösen, auf der wir sie gedanklich betrachten. aus einer bestimmten Perspektive betrachten wir irgendein Problem und glauben es aus dieser Perspektive lösen zu können. Und das ist unser Problem-Lösungs-Repertoire, dass die Welt die selektive Identifikation das falsche Selbst wahr macht. Wenn du ein Feuer gelegt hast, nehmen wir etwas Beispiel, wenn du ein Feuer gelegt hast und du willst dieses Feuer löschen, nimmst du dann ein Streichholz, um das Feuer zu löschen? Aber genau so verhalten wir uns. Wir benutzen das Streichholz, wir zünden das Streichholz an und versuchen, durch das angezündete Streichholz das Feuer zu löschen. Wird es gelingen? Nein, natürlich nicht. Es passiert überhaupt nichts. Das Feuer brennt weiterhin und breitet sich aus. Aber genau so verhalten wir uns mit unserem persönlichen Problemlösungsrepertoire. Wie wird es gelöscht, das Feuer? Natürlich durch Wasser. Wie werden deine Probleme gelöscht? Natürlich durch Liebe. Durch die Liebe, die du bist? wie werden deine alten Emotionen, deine alten Gefühle, deine alten Gedanken bezüglich irgendwelcher Umstände, wie wird das geheilt? Doch nicht durch neue Gedanken, doch nicht durch ein neues Streichholz, das du versuchst zu entzünden, um diese alten Identifikationen aufzugeben. Du brauchst die Liebe. Und wenn du diesen Weg, den du jetzt gehst, durch die Liebe gewählt hast, ist es doch ein einfaches, dieser Liebe wieder gewahr zu werden. Und in diesem Augenblick heilst du auf allen Ebenen, werde dir deines einen Selbstes wieder gewahr. Du brauchst nur dem gewahr zu werden, was schon immer ist. Es ist nicht verschwunden. Fühle hin. Das Leben, von dem ich freue, diese Lebenspräsenz, diese dein Seelen selbst ist immer noch da. wie vor 20 Minuten. Es ist immer noch vollständig da. Es existiert. Also, lösche dein Feuer, das du gelegt hast, nicht mehr mit einem Streichholz, nicht mehr mit den Gedanken, wie du sie betrachtest, nicht mehr aus der Perspektive, wie du es bisher gesehen hast, sondern lass die Liebe in deinem Geist erblühen. Wenn du die Liebe in deinem Geist erblühen lässt, bist du frei. Und da wir uns hier als gebrechlich, ohne Hoffnung und in völlig abgefahrenen Träumen wahrnehmen, nur um hier zu sterben und so weiter, bekommen wir heute eine völlig neue Erinnerung. Letztendlich weißt du schon, weißt du schon um das, wovon hier gesprochen wird. Alle Macht ist dir gegeben, um die Welt in deinem Geist zu heilen. Es gibt nichts, was du nicht tun kannst. du spielst zwar, du hast zwar bisher das Spiel des Todes gespielt, hilflos und irgendeinem Zerfall hingeworfen und gebunden in einer Welt der Sterblichkeit, wo es kein Erbarmen gibt oder die Welt zeigt auch kein Erbarmen. Doch wenn du milde durch die Kraft der Liebe auf dich und auf die Welt schaust, wirst du milde und die Liebe erfahren. Lasse heute Gottes Sohn aus dem Schlaf erwachen. Im Irrtum haben wir begonnen und in der Wahrheit erwachen wir heute. Verbinden wir uns mit unserem inneren Lehrer. Verbinden wir uns mit Jesus. der uns kennt, unserem großen Bruder. Der weiß, was du bist und der weiß, wie alles in dir geheilt wird. Empfange jetzt seinen Segen. Halten wir die Erlösung nicht länger zurück. Was passiert, wenn du dich umschaust und das Leiden siehst? ist es da nicht ein großer Wunsch, dieses Leiden zu beenden? Alle warten auf deine Befreiung. Alle, die ganze Welt schaut auf dich und wartet auf deine Befreiung. und die Welt bleibt in Ketten, solange du nicht frei bist. Die Welt kann die Barmherzigkeit des Himmels nicht sehen, solange du nicht frei bist und und solange du die Freiheit in dir noch länger ignorierst. Die Welt leidet Schmerz, solange du den Himmel oder dich als Sohn Gottes noch weiter dissoziierst. Du bist der heilige Sohn Gottes selbst. Erinnere dich daran und die ganze Welt ist frei. Erinnere dich daran und die Erde und der Himmel ist eins. Und vielleicht möchtest du dir jetzt eine Frage stemmen, die du dir nicht beantwortest. Wie fühlt es sich an, der Sohn Gottes zu sein? Das ist ein Ton God ist Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020